Wenn du von deinen Eltern nie hörst, dass es auch ein Scheitern gibt, dann machst du. Wir vom Gemüsehandel Hacke, wir machen. Und zwar Landwirtschaft zu 100 Prozent und das hier in Dithmarschen. Seit mehr als 65 Jahren ist bei uns eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Den Anbau und die Vermarktung von Kohl und Gemüse können und lieben wir hier durch und durch. Mit unseren Partnern zusammen teilweise auch ökologisch im Bio-Anbau. Dazu betreiben wir hier noch begeistert Ackerbau, verarbeiten als Firma Pegels Teile unseres Kohls zu Krautsalat und liefern unsere Ernte oft mit eigener Logistik aus. Das ist ein gutes Miteinander. Ich bringe meinen angebauten Kohl schon lange zu Hacke, weil die einfach noch ein landwirtschaftlicher Vermeerbetrieb sind. Und auch wenn die das mittlerweile echt professionell aufziehen, sind sie selbst eben noch unabhängige Bauern geblieben. Unser Kohleanbau zeichnet sich durch Hingabe und ein Gespür für jede einzelne Pflanze aus. Mit Hilfe von optimalen Dithmarscher Anbaubedingungen und einem sensiblen Händchen für die jeweilige Kultur bauen wir leckeres und gesundes Gemüse an, das unsere Kunden begeistert. Vor allem haben wir alle die gleiche Begeisterung für Qualität, das verbindet. Als Partner von Hacke kümmern wir uns gemeinsam um den Bio-Bereich. Es ist einfach toll zu sehen, was alles wächst, wenn man es lässt. Ja, das merkt man ja in allen Bereichen und im ganzen Team, dass wir den Laden hier zusammenschmeißen. Wir sind eigentlich wie ein großer Gemüsegarten für unseren Kunden. Das kann keiner alleine. Und jeder weiß am Ende des Tages, was er gewonnen oder verloren hat. Aus Dithmarschen in die Welt. Wir transportieren unsere Produkte in die Märkte. Bringen sie zur Weiterverarbeitung in die Lebensmittelindustrie oder exportieren in andere Länder. Ja, Ziel ist, das Ganze rund zu machen. Der Gedanke vom Pflanzen auf dem Feld bis zur Verarbeitung ins Fass. Alles aus einer Hand. Deshalb verbinden wir rund um den Kohl ganz viele Standbeine zu einem Kreislauf. Und so hatten wahrscheinlich schon viele mal was von uns auf dem Teller. Meine Flecken verpackte ich an Firma Hacke in der vierten Generation. Es ist eine Freude, mit den jungen Leuten zu arbeiten und zu agieren. Jeder übernimmt die Verantwortung. Keiner duckt sich weg. Den kann man vertrauen. Und da kommt was Gutes berührt. Wir haben vor 15 Jahren unserem Sohn den Hof übergeben. Und ich muss sagen, es macht uns wirklich stolz, zu sehen, was er und all diese jungen Talente, die nach und nach dazugekommen sind, daraus machen.